ja hallo hier ist wieder tuxocher.de willkommen auf meinem video kanal heute soll es um die frage gehen ob sich im jahre 2020 noch eine lumix gx 80 lohnt ich habe mir die jetzt vor ein paar tagen geholt gab es im set mit dem kit objektiv also dem 12 bis 32 mm und einem 25 mm 1,7 das kann sich jetzt leider nicht zeigen denn das filmt ihr gerade und insgesamt zu einem preis von unter 450 euro aber die frage unabhängig vom preis ist ja lohnt sich so eine kamera heute noch wo es eigentlich schon wesentlich bessere auch im lumix bereich gibt die wie zb die lumix g9 die jetzt gerade filmt immerhin 20 megapixel liefert und auch einige andere features mehr hat um die frage vielleicht von vornherein zu beantworten zumindestens für mich zu beantworten ja es lohnt sich denn die kleine lumix hier hat mit 16 megapixel eigentlich mehr als genug auflösungsvermögen in etwa genauso viel wie die lumix g 81 die ja meine vorgänge kamera zur lumix g9 war und damit habe ich eigentlich im bereich foto sehr sehr gute aufnahmen gemacht und wenn man da die richtigen objektive also zb einen 2812 bis 35 davor setzt kommen auch wirklich super scharfe aufnahmen aus die lumix g80 hat einen entscheidenden vorteil und das ist einfach die größe die ist sehr kompakt passt zusammen mit dem kit objektiv wirklich in jede jackentasche und man das jetzt hier raus dreht wird das zwar ein klein wenig größer nehmen wir hier den objektiv deckel ab und natürlich hat dieses kleine kit objektiv leider nur die lichtstärke von 3,5 bis 5,6 aber erstens normalerweise bei kit objektiven darf man nicht wesentlich mehr erwarten und bei dieser kompaktheit eben auch nicht ansonsten würde die linse sicherlich größer ausfallen wie sagt dass es ein punkt die kompaktheit und sie hat de facto im bereich video als auch foto die gleichen fähigkeiten wie die lumix g 81 sprich 16 megapixel sie kann 4k video in 25 oder 30 bildern pro sekunde machen sie kann die full hd sogar in 60 bilder pro sekunde machen und eignet sich deshalb wirklich meines erachtens als gute einsteiger kamera mit der man recht preis günstig eine hochwertige kamera erhält mit der man einsteigen kann und für mich ganz besonders als die zweite kamera für video um sogenannte b roll aufzunehmen oder eben wirklich um mal auf einem spaziergang eine kamera einstecken zu können die dann aber trotzdem nicht so groß und so schwer ist wie dann eine komplette lumix ausrüstung insofern würde ich die ursprungsfrage bejahen wollen es gibt jetzt natürlich bei dieser kompaktheit zwei drei kleine dinge die störend sind einmal ist das der bildschirm ich mache die kamera gerade mal an also ich muss den zoom ring hier betätigen damit er dann auch ein bild anzeigt ihr sieht übrigens mein tablet wird gleich noch eine rolle spielen und diesen bildschirm oder dieses display kann ich ein wenig nach unten klappen so dass ich kopfüber aufnahmen machen kann und ich kann es nach vorne klappen nehmen das ganz mal nach vorne so dass ich auch bodennahe aufnahmen damit ohne weiteres erledigen kann was die kamera nicht hat ist ein display was schwenkbar ist um sich zum beispiel selbst zu filmen da muss man hier den abstrich einfach machen an die kompakte bauweise denn hier ein scharnier was komplett noch mal um die achse schwenkbar gewesen wäre hätte das zwar vielleicht nur minimal verdickt aber immerhin sie werden ein klein wenig größer geworden ich habe gerade auf mein tablet hier gezeigt das ist für mich der übliche weg mich selbst aufzunehmen das heißt ich benutze im regelfall die schwenkbaren displays gar nicht vor allen dingen je nach anordnung von kabeln für externe mikrofone oder ähnliches ist auch teilweise die anzeige teilweise abgedeckt das ist bei der g9 weniger schlimm weil die den mikrofonanschluss etwas oberhalb hat aber zum beispiel bei der g81 ist das ein problem die zweite sache die man vielleicht ebenfalls noch erwähnen sollte ich hoffe man kann das jetzt hier erkennen hier befinden sich die anschlüsse darunter da habe ich schon jedes mal auch schwierigkeiten das aufzukriegen so ich hoffe jetzt man kann es erkennen da sieht man einen micro hdmi anschluss also ein externer monitor oder ähnliches wäre durchaus möglich und einen usb anschluss die kamera wird übrigens mit usb geladen das heißt in dem set ist noch nicht mal ein ladegerät dabei finde ich ein klein wenig schade aber die kamera kann während sie geladen wird nicht betrieben werden das heißt ich habe im gegensatz zur lumix g81 oder auch zur g9 eben hier keine möglichkeit die kamera mit einem externen batterie pack wie ich das ja auch schon mal vorgeführt habe über einen längeren zeitraum mit energie zu versorgen das funktioniert leider bei der kleinen kamera nicht ja das sind aber meines erachtens die einzigen einschränkungen die mir so ad hoc einfallen ansonsten bekommt man wirklich eine qualitativ hochwertige kamera und überraschenderweise ist sogar dieses kit objektiv obwohl es natürlich wie alle kit objektive die mit den kameras verkauft werden relativ eingeschränkt ist von der lichtstärke es ist erstaunlich gut war wirklich eine überraschung für mich und der einzige nachteil den ich jetzt noch sehe ich habe jetzt hier die lumix g9 gerade filme filmt ich filme jetzt auch mit der lumix g81 und vielleicht demnächst auch noch ab und zu mal mit der lumix g80 hier und leider gottes haben alle drei unterschiedliche akkutypen das ist ein minuspunkt aber der fällt nur wirklich dann ins gewicht wenn man mit mehreren kameras gleichzeitig arbeiten möchte ansonsten menü führung und so weiter sind praktisch die gleichen wie bei der lumix g81 das einzige was sie übrigens auch nicht hat ist hier einen hardware schalter um von afs also single autofokus über den afc also continuous im fortlauf der autofokus beziehungsweise letztendlich auch in den manuellen fokus umzuschalten das muss man dann hier entsprechend im menü machen aber bis jetzt die aufnahmen die ich damit gemacht habe waren sehr sehr vielversprechend und ich werde die kleine kamera sicherlich auf jeden fall für video einsetzen wobei der einsatz mit einem gimbal könnte es probleme geben weil hier größere objektive ist der abstand hier das mal hier so ist der abstand hier zwischen dem bayonett anschluss könnte sein also nicht hoch genug ist aber das werden wir dann ausprobieren und sehen und für den foto bereich ist eine herrliche kamera die man wirklich so gut wir haben jetzt sommer aber bei normaler witterung dann wirklich in eine jackentasche stecken kann und man hat dann wirklich für alle gelegenheit eine passende kamera mit ja hierhin konntet ihr schon sehen dass für mich die frage klar zu bejahen ist vor allen dingen bei dem preis ja eine gx 80 lohnt sich auch 2020 noch man muss nicht immer die letzte neueste kamera haben mit den allerneuesten technischen features die man auch dann natürlich entsprechend bezahlen muss und sie ist auf jeden fall wer ein kleines gehäuse sucht eine hervorragende einstamm steiger kamera mit hervorragenden fähigkeiten sowohl was den foto bereich ihr seid nur erinnert an 4k foto oder zum beispiel start stop animation eingebaute timelapse über den intervallometer als auch im video bereich sehr gut benutzbar ist ja wenn er zu dem thema noch fragen habt könnt ihr natürlich gerne in die kommentare zu diesem video stellen oder auch gerne in die kommentare zu dem passenden blog post wenn euch dieses video geholfen hat vielleicht lasst er dann ein like und ich würde mich natürlich umso mehr freuen wenn er den kanal abonniert dann vergesst aber bitte die glocke nicht damit er jedes mal eine notiz eine e mail erhalte sobald ich ein neues video hier hochlade ja das war es von mir zur lumix gx 80 dem kleinen schwestermodell sozusagen der gx 81 mir bleibt nichts anderes übrig als wie zu sagen bis zum nächsten mal ciao tuxoche bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.